Die ganze Welt redet über Chats von Christian Pinerczek und vom Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter. Worum geht es dabei überhaupt? Das ist eigentlich eine komplizierte Geschichte. Das hat nicht mit den berühmten Chats zu tun, die in den letzten Monaten durch die Mediengeistern von Thomas Schmidt. Die Chats, um die es jetzt geht, die hat auch nicht die WKStA ausgewertet, sondern die kommen von der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Die ermittelt in einer ganz anderen Frage, nämlich ob Brandstetter und Pinerczek Geheimnisse aus der Justiz verraten haben, möglicherweise Haustuchsuchenden verraten haben an ÖVP-Politiker. Und das steht gerade im Zentrum. Und bei Ermittlungsmaßnahmen dazu wurde unter anderem das Handy von Christian Pinerczek ausgewertet. Und der hat deutlich vorsichtiger agiert als Thomas Schmidt in der ÖBAG. Also da gibt es nur aus einem kleinen Zeitraum Textnachrichten. Der hat ansonsten gut gelöscht, gute Messenger-Einstellungen gehabt. Aber dieser kleine Zeitraum reicht schon aus, um deutlich mehr als ein Sittenbild zu zeigen. Sie zeigen nämlich eindeutig, wie Pinerczek und Brandstetter zusammengearbeitet haben, um ein ÖVP-Netzwerk in der Justiz aufzubauen. Der Kanzler spricht ja so gern von roten Netzwerken, aber Tatsache ist, die letzten Jahrzehnte gab's fast immer ÖVP-Justizminister. Brandstetter war selbst sehr lange Justizminister, ist jetzt eben VFGH-Richter oder jetzt eigentlich nicht mehr. Er tritt ja zurück wegen dieser Skandale. Richtig hochgekocht ist der Skandal um abfällige Äußerungen der beiden über andere Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs. Aber viel mehr politische Sprengkraft hatten eigentlich Chats, die darauf hinweisen, dass Pinerczek zusammen mit anderen hochrangigen Beamten aus der Justiz die E-Mails der WKSDA überwachen wollte, die ja gegen ÖVP-Politiker ermittelt. Und dass Pinerczek auch Geheimnisse an ÖVP-Politiker, unter anderem an Sebastian Kurz, verraten haben dürfte. Mutmaßlich, muss man aus juristischen Gründen dazu sagen, denn das würde eine Straftat. Alles klar. Aber wie konnte Pinerczek überhaupt so mächtig werden? Ja, Christian Pinerczek ist sowas wie ein Schattenjustizminister der letzten 15 Jahre gewesen. Also in der Justiz gibt's den Witz, der aber eigentlich den Kern der Sache sehr gut trifft. Wer unter Pinerczek Justizminister ist, ist egal. Das ist der klassische Fall eines so mächtigen Beamten, der eigentlich deutlich mehr Einfluss hat in der Justiz als viele, die formal über im Minister waren. Pinerczek hat in den letzten Jahrzehnten, muss man eigentlich schon sagen, ein System aufgebaut, wo Karriere in der Justiz nur machen kann, wer mit Pinerczek gut ist. Und wo alle, die Widerstand leisten, durch kaum verholene Drohungen teilweise, auch durch Weisungen eben hinter angehalten werden. Da wurden missliebige Staatsanwälte überwacht, da wurden Verfahren erschlagen. Besonders perfide war ein System versteckter Weisungen, also nicht ausgesprochener Weisungen, wo aber jeder wusste, was gemeint war. Seit der Reform der Staatsanwaltschaften 2008, sind die Staatsanwälte in Österreich Ermittler, Untersuchungsrichter und Ankläger in einer Person. Das ist total viel Verantwortung für eine einzelne Person. Die Staatsanwälte legen also fest, wer überhaupt angeklagt wird und wie dann ermittelt wird. Also sie leiten auch die Ermittlungen. Und das Bekannte daran ist, die Staatsanwälte sind aber weisungsgebunden. Ganz oben in der Weisungsspitze sitzt offiziell der Justizminister. Also da gibt es auch ein Problem mit der Gewaltentrennung, weil eigentlich ein Minister dann über die Judikative bestimmt, weil eben die Staatsanwälte auch die Funktion von Untersuchungsrichtern übernehmen. Aber weil es eben egal war, wer unter Pinerczek Minister war, kamen die relevanten Weisungen sehr häufig von Pinerczek oder von Leuten unter ihm in der Weisungshierarchie, die aber ganz loyal sind. Das war zum Beispiel der Fall bei Ermittlungen gegen René Benko, der verdächtigt wurde, dass er Amtsträger bestochen hat im Rahmen eines Immobiliendeals. Es wurde zum Beispiel niedergeschlagen in der Weisungskette. Und solche Fälle gibt es ganz viele. Nicht immer waren es öffentliche oder offizielle Weisungen, sondern eben auch sogenannte versteckte Weisungen. Wir haben zum Beispiel ein Tonband aus einer Dienstbesprechung mit Staatsanwälten, wo Pinerczek dann den Staatsanwälten sagt, hat jetzt jeder verstanden, was zu tun ist oder braucht er eine offizielle Weisung? Eine offizielle Weisung will er nicht erteilen, weil die wird dann irgendwo schriftlich festgehalten. Aber wenn ohne ihn jeder versteht, was getan werden soll, dann erfüllt das denselben Zweck. Und auf die Art und Weise hat sich Pinerczek zum mächtigsten Mann in der Justiz gemacht. Das hat aber jetzt ein Ende. Er ist suspendiert und er wird sicher nie wieder in eine einflussreiche Position kommen. Ja gut, dass die Grünen in der Regierung sind, ist das nicht so? Ja, also weder die Ermittlungen gegen Kurz und Blümel, andere ÖVP-Politiker, noch gar die zu Pinerczek hätte es gegeben mit einem ÖVP-Justizminister. Ich glaube, davon kann man ausgehen. Da wurde auch versucht, missliebige Ermittlungen zu Staatsanwaltschaften zu schieben, wo man weiß, die sind eher ÖVP-nahe. Das wurde zum Beispiel vom grünen Vertretungsminister Werner Kogler verhindert. Also die Ermittlungen gegen Pinerczek sollten weg von der Staatsanwaltschaft Wien und wurden nach Innsbruck geschoben. Und da hat man dann zu einem Trick gegriffen, also die Ermittlungen sind jetzt offiziell in Innsbruck. Aber der Wiener Staatsanwalt, der den Fall vorher schon bearbeitet hat, der ist jetzt einfach dienstzugeteilt in Innsbruck, ermittelt aber ganz normal weiter. Also soweit ich weiß, sitzt er sogar weiterhin in Wien. Also das hat nur offiziell ein anderes Maschel bekommen. Diese Teilentmachtung Pinerczeks durch Alma Sadic, wo er einen Teil seiner vorher sehr einflussreichen Riesensektion verloren hat, die könnte man da auch nennen. Man muss aber sagen, dass in anderen Aspekten die Grünen eher noch ein bisschen vorsichtig waren und gebremst haben, insbesondere Alma Sadic. Weniger Werner Kogler für die Zeit, wo er vertreten hat, aber Alma Sadic ist auch ein bisschen auf der Bremse gestanden. Also auch mit einem SPÖ oder FPÖ-Justizminister hätte die Sache wahrscheinlich genauso funktionieren können wie jetzt. Interessant wird, wenn sich die ÖVP das Justizministerium zurückholen will, dann braucht sie dafür Neuwahlen. Wie sie das machen will, das wäre interessant. Und was bedeutet das jetzt für die ÖVP? Ja, das heißt, dass wenn sie diese juristischen Schmerzen nicht erleiden will, die sie im Moment hat, dass sie das Justizministerium zurückgewinnen muss. Das könnte sie tun durch einen fliegenden Koalitionswechsel, aber der steht im Moment nicht in den Karten. Also nachdem Norbert Hofer in der FPÖ jetzt keine ernstzunehmende Rolle mehr spielt, sondern Herbert Kickl wird die FPÖ in näherer Zeit sicher nicht zur Kurz-ÖVP überlaufen. Und auch in der SPÖ gibt es dafür im Moment keine Anzeichen. Also es gibt wohl, so heißt es, Planspiele an der Parteispitze, aber die Länder wollen das nicht und ein großer Teil der Abgeordneten will das auch nicht. Also steht das im Moment nicht in den Karten. Mit den NEOS geht es sich sowieso nicht aus und auch da gäbe es starke Vorbehalte nicht gegen eine Koalition mit der ÖVP, das wollen sicher ganz viele bei den NEOS, aber mit Sebastian Kurz und mit dieser ÖVP, das wäre ein Problem. Ein gutes Beispiel ist Helmut Brandstetter, also nicht der Justizminister Wolfgang Brandstetter, sondern der Ex-Kurier-Chefredakteur, der alles andere als ein Vorhang von Sebastian Kurz ist. Das würde so sicher nicht gut klappen. Also will man das Justizministerium zurück und Kontrolle über die Ermittlungen gewinnen, dann braucht es Neuwahlen. Aber für die ist das Zeitfenster sehr klein. Also das müsste passieren, bevor Anklagen stehen gegen wichtige ÖVP-Politiker, zumal gegen Sebastian Kurz selbst. Also da gibt es die Ermittlungen wegen falscher Beweisaussage. Im U-Ausschuss ist schon schlimm genug, ist mit bis zu drei Jahren Haft bedroht. Die wird Kurz nicht bekommen, auch im Fall einer Verurteilung als Ersttäter, sitzt er da sicher nicht im Gefängnis. Aber das wäre natürlich trotzdem problematisch und eine Anklage wäre problematisch. Und es drohen ihm sehr wahrscheinlich auch noch andere Anklagen. Also wenn man die irgendwie loswerden will, dann muss man vor diesen Anklagen wählen. Aber dazwischen müsste der von der ÖVP versprochene fantastische Sommer liegen. Die ÖVP hat ja die Corona-Pandemie sozusagen als beendet erklärt. Noch schlägt sich das in den Umfragen nicht nieder. Da steht die ÖVP für ihre Verhältnisse nicht gut da. Auch Kurz ist für seine Verhältnisse nicht sehr beliebt. Jetzt wäre also nicht der richtige Zeitpunkt, um zu wählen. Man müsste warten, bis sich die Stimmung in der Bevölkerung wieder etwas bessert. Und dann bräuchte er auch noch einen Grund, um zu wählen. Also es den Grünen so unangenehm wie möglich zu machen. Das hat er, glaube ich, bisher versucht. Aber die Grünen sind trotzdem ziemlich schmerzbefreit in der Koalition geblieben. Man wüsste nicht, was er denen noch antun sollte, um sie zum Bruch der Koalition zu bewegen. Und ihm fehlt ein bisschen der Grund. Also es ist eine Zwickmühle für die ÖVP. Ich glaube aber, wenn es hart auf hart kommt, sobald sich irgendeine Gelegenheit bietet, dann wird der türkise Zirkel um Sebastian Kurz versuchen zu wählen und dann auf jeden Fall in den Koalitionsvereinbarungen versuchen, das Justizministerium zu erobern.